Karl Mannheim, ursprünglich Karoli Mannheim, war ein Soziologe und Philosoph österreichisch-ungarischer Herkunft, jüdischer Religion, deutscher und britischer Staatsbürgerschaft und kosmopolitischer Gesinnung, Leben. Mannheim studierte Philosophie und Soziologie in Budapest, Freiburg, Berlin, Paris und Heidelberg. Zusammen mit Arnold Hauser und Erwin Schabot ist Mannheim der Begründer der Budapester Freien Schule für Geisteswissenschaften. An der auch Lukacs Vorlesungen stattfinden ließ, im Jahr 1918 promovierte er zum Dr. Phil. Ein Jahr später kehrte er seiner Heimat Ungarn den Rücken und emigrierte in der Folge nach Deutschland. Von 1922 bis 1925 habilitierte er sich bei dem Kultursoziologen Alfred Weber, dem Bruder Max Webers. Er wurde 1926 Privatdozent in Heidelberg und durch die Initiative von Adolf Grimme 1930 ordentlicher Professor für Soziologie an der Universität Frankfurt, wo ihm Norbert Elias als Assistent zur Seite stand. 1933 wurde Mannheim aufgrund seiner jüdischen Abstammung entlassen und musste nach England emigrieren, wobei ihn seine Sekretärin Greta Lorke unterstützte. Dort wurde er durch Vermittlung von Harold Lasky und Maurice Ginsberg Dozent für Soziologie an der London School of Economics and Political Science und später Professor of Education an der Universität London. Mannheim war mit der Psychoanalytikerin Julia Lang verheiratet. Wissenschaftliches Werk Beeinflusst insbesondere von Georg Lukacs, Oskar Jastzi, Wilhelm dem Dilltei, Georg Simmel, Max Scheler, Max Weber und Alfred Weber, gelangte Mannheim von einer philosophischen Analyse der Erkenntnistheorie zur Entwicklung der Wissenssoziologie. So hob er hervor, dass menschliches Denken und Erkennen nicht in rein theoretischem Rahmen ablaufen, sondern von gesellschaftlichen und geschichtlichen Lebenszusammenhängen geprägt werden. Daraus entwickelte er den epistemischen Relationismus, der konstatiert, dass Weltsichten sich je nach Position in der Gesellschaft ändern, und überwand damit das substantialistische Denken. Ideologien bedeuten nichts anderes als die Verabsolutierung von partikulären Weltsichten, die von Parteien immer wieder benutzt und auch missbraucht werden. Mit der Konzeption des totalen Ideologiebegriffs nahm Mannheim eine radikale wissenssoziologische Position ein, die relativistisch argumentierte und von Gegnern als nihilistisch bezeichnet wurde. Er selbst bezeichnet seinen Ansatz dagegen als dynamischen Relationismus. Im Gegensatz zu Karl Marx postulierte Mannheim einen Ideologiebegriff, der jedes Denken, auch das eigene als ideologisch, nämlich notwendig perspektivisch betrachtete, er hat dies detailliert v. a. für das konservative, das liberale und das sozialistische Denken gezeigt. Mannheim beschäftigte sich mit politischen Krisenerscheinungen in der Massendemokratie. Im Gegensatz zur einseitig geleiteten Gesinnung und zur lesser faire liberalistischen Demokratie, welche die Gefahr des Umschlagens in eine totalitäre Diktatur einschließe, empfahl Mannheim als dritten Weg die geplante Demokratie mit einer Planung für Freiheit, wobei Planung als rationale Beherrschung der irrationalen Kräfte verstanden wird. Die Gesellschaft der geplanten Freiheit setzt die Umformung des Menschen voraus. Karl Mannheim, der den religiösen Sozialisten um Paul Tillich und der christlichen Gruppe Mut um T. S. L. J. Nahestand, betont, dass dafür eine Zusammenarbeit von Soziologen und Theologen von Bedeutung ist. Seine Bearbeitung von Alfred Webers Begriff der freischwebenden Intelligenz gehört zu Mannheims einflussreicher Soziologie der Intelligenz. Ebenso gilt er als Pionier der Jugendsoziologie in seinem Text »Das Problem der Generationen« prägte er den »Generationsbegriff neu«, um damit Kohorten zusammenzufassen, die ein einschneidendes Jugenderlebnis geteilt haben. Und so künftige soziale Herausforderungen ähnlich verstehen, aber keineswegs ähnliche soziale Antworten geben würden. Von besonderer Bedeutung für eine »praxiologische Wissenssoziologie« und die in diesem Kontext entwickelte dokumentarische Methode wurde die »Mannheimsche Differenzierung zwischen kommunikativem und konjunktivem Wissen«. Letzteres versteht Mannheim als atheoretisches und implizites Erfahrungswissen, das die tägliche Alltagspraxis weitgehend unbemerkt anleitet. Die dokumentarische Methode widmet sich als Fortentwicklung der Wissenssoziologie Mannheims der Erforschung dieser Form eines impliziten Wissenskritik. Die Bedeutung von Mannheims Ideologie und Utopie sowie der erweiterten englischen Übersetzung ist zu ersehen aus der breiten Debatte, die beide hervorgerufen haben. In Deutschland erschienen Rezensionen von Hannah Arendt, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Paul Tillich, Günther Stern, Karl A. Wittvogel und anderen. In den USA waren die Rezensenten unter anderem Hans Speyer, Robert King Merton, Kenneth Burke und Charles Reit-Milz. Seine englischen Schriften wurden von John Dewey und anderen begrüßt, aber von Karl Popper heftig angegriffen. Mannheims Vorschlag einer geplanten Demokratie und Planung für die Freiheit wurde von Friedrich August von Hayek in dessen Buch Der Weg zur Knechtschaft scharf angegriffen. Hayek argumentierte, dass selbst zunächst von Demokratien beschlossene planwirtschaftliche Maßnahmen unvermeidlich mit Individualrechten in Konflikt geraten und damit, wenn auch nicht unbedingt beabsichtigt, gerade den Weg zu totalitären Systemen ebnen würden. Diese würden dann die Umformung des Menschen mittels Gewalt betreiben. Dementsprechend sei in Mannheims Werk bereits eine Tendenz zur Einschränkung des rechtsstaatlichen Prinzips zugunsten angeblich höherer Ideale erkennbar. Nick Abercrombie entwickelte aus der Arbeit Mannheims eine Kritik, die er gemeinsam mit St. Till und B. Turner 1980 unter dem Titel »The Dominant Ideologie Thesis« veröffentlichte. Werke »Die Strukturanalyse der Erkenntnistheorie«, Berlin 1922, »Ideologie und Utopie«, Bonn 1929, »Die Gegenwartsaufgaben der Soziologie«, Tübingen 1932, »Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus«, »Leiden« 1935, »Diagnosis of Ouertheime«, »London 1943«, »Friedem Power in Democrats«, »Politikplanning«, London 1951, »Wissenssoziologie«, Auswahl aus dem Werk. HSG von Kurt Wolf, Luchterhand, Neu Wied Berlin 1964. »Strukturen des Denkens«, HSG von David Kettler, Volker Meyer und Nico Stär. »Surkamp«, »Frankfurt am Main 1980«, »Konservatismus«, HSG von David Kettler, Volker Meyer und Nico Stär. Surkamp, Frankfurt am Main 1984